Hallo, servus und grüße Sie zum neuen Wochenwetter für die Sport- und Vitalregion Aachensee. In den vergangenen Wochen tauchte ein markanter Wintereinbruch die Bergwelt von Carwendel und Rofan in eine malerische Winterkulisse. Im tiefen Lagen ist der Schnee verschwunden und das goldene Herbstlaub im Tal leuchtet in einer malerischen Komposition aus spätherbstlich warmen Gelb, Rot- und Brauntönen sowie den leicht angezuckerten Gipfeln im Hintergrund. Ein Traum zum Entspannen und Abspannen. Und das sehen wir hier vom Zwölferkopf auf der Chem. Noch liegen ja die Bergwelten im Schnee. Südseitig wird der Schnee in der nächsten Zeit verschwinden. Es wird noch mal warm. Der Oktober gibt sich noch mal mit Hochpitter alle Mühe. Das bedeutet, wir haben rund um den Aachensee strahlenden Sonnenscheinen. Der Himmel ist oft wolkenlos und die Temperaturen klettern auf 11 bis 15 Grad, die sich geschützt in der Sonne wärmer anfühlen. Und weil es so schön ist, kopieren wir das Ganze noch auf den Mittwoch und den Donnerstag. Wobei am Donnerstag dann vom Tegernsee und vom Isarwinkel her immer mehr Wolken aufziehen. Die bleiben aber noch harmlos und die Temperaturen ändern sich kaum. Und angesichts dieser für diese Jahreszeit traumhaften Wetteraussichten lädt die Sport- und Vitalregion zu entspannten Naturtagen ein. Ob Sie nun die eine oder andere Wanderung oder eine kleine Fahrradtour unternehmen wollen, Sie werden Ihre Entspannung und innere Ruhe finden. Das sind Tage für die Seele. Und ganz perfekt ist es dann, wenn Sie eines der Wellnesshotels für sich nutzen mit dem persönlichen Wohlfühlprogramm. Neben den großzügigen Sauna- und Badelandschaften freut sich Ihr Körper sicherlich über das berühmte Tiroler Steinöl. Unsere Top-Therapeuten helfen Ihnen, sich wie neu geboren zu fühlen. Nichts Neues gibt es vom Wetter. Der letzte Tag des Oktobers bringt uns ein paar leichte Regenfälle. Die werden aber dann verschwinden und der November wartet wieder mit einem neuen Hoch auf samt Sonnenschein und ungewöhnlich hohen Temperaturen. Und da darf ich eine Bauernregel zitieren, die da lautet, aller Heiligen bringt den Nachsommer. Wir befinden uns damit in der Sport- und Vitalregion Aachensee, sozusagen zwischen den großen Jahreszeiten des ewigen Bergsommers, gefühlt zumindest 2014, und der bald beginnenden Wintersaison. Und genau diese Zeit ist oftmals der Geheimtipp schlechthin, gerade bei diesem schönen Wetter dieser Tage und dieser Wochen. Es ist eine Zeit der besonderen Ruhe und einer ganz besonderen Stimmung. Und dabei wünschen wir Ihnen viel Freude, beste Erholung und tiefe Entspannung.